Rätsel Nummer 001. Schauen Sie sich Ihre Umgebung genau an und versammeln Sie sich dann unter dem ältesten Ding, das Sie finden können. Die Zeit, die Ihnen zum Lösen dieses Rätsels bleibt, ist begrenzt. Wenn diese Melodie zu Ende ist, ist die Zeit um. Trödeln Sie also nicht. Das älteste Ding, das wir finden können. Professor, sollen wir anfangen zu suchen? Ja. Ich werde mithelfen. Das freut mich. Professor, auf diesem Schiff befinden sich sehr viele Dinge, die in Frage kommen würden. Was hiervon könnte wohl das Älteste sein? Hier befinden sich sehr viele Dinge, die in Frage kommen würden. Sehen Sie sich Ihre Umgebung ganz genau an. Dann versammeln Sie sich unter dem Ältesten. Gut, ich hab die Lösung, Luke. Beeilung, gehen wir zurück in den Zuschauerraum. Hä? Aber gut, ich bin ja.